Ihr seid versteckt in der zweiten Reihe, von links nach rechts Norbert Schmidbauer aus der 6D-Klasse. Die letzte Nummer vor der Pause, kennen Sie sicher alle, Spinning Wheel, diesmal in einem Instrumentalarrangement von David Clayton Thomas. Bekannt ist diese Nummer von Blood, Sweat & Tears. Das typische Stilmerkmal sind die Bläsersätze. Viel Vergnügen bei der letzten Nummer vor der Pause. Die letzte 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 Nummer vor der Pause.